So, herzlich willkommen zurück bei der Let's Play Pokémontos Teil. Und sind unsere Bälle fertig? Immer noch nicht, die faule Sau! Na gut, wir spielen ein bisschen früher als gestern, es ist gerade 16 Uhr. Und es ist Tag, ausnahmsweise mal. Aber immerhin eine neue Aprikoko ist gewachsen, das ist doch schon mal was. Okay, in diesem Part wollen wir ja die Arena machen. Schauen wir uns noch zuerst unsere Pokémon an. Ja, unser Nebulark ist momentan das Schwächste von unserem Team, aber das wird sich ändern später. Ich glaube, in der Käfer-Arena wird unser Nebulark sehr gut leveln. Auch wenn momentan der Schlecker ein bisschen schwach ist, aber Käfer-Pokémon sind ja nicht besonders stark gegen Geistviecher. Zunächst gehe ich ins Pokémon-Sender. Und ich kann gerade nicht speeden aus irgendeinem Grund. Oder? Moment, ich suche mal die Speed-Taste. LOL, ich kann nicht mehr speeden! Was ist hier los? Ich kann nicht mehr speeden! Egal, ich habe mir eh vorgenommen, diesen Let's Play nicht so oft zu speeden. Also ist es kein großer Verlust, wenn wir hier jetzt nicht mehr speeden können. Aber naja, gut. So, die Arena von, äh, Zalea City, Kai. Die leben der Käfer-Pokémon Ecyclobidii. Ah ja, da habe ich gestern das Anime gesehen, wo der Ash dagegen Kai gekämpft hat. Ziemlich langweiliger Kampf, muss ich schon sagen. Oh Gott! Du möchtest zum Leiter? Erst sind wir dran! Nein, es ist kein Doppelkampf, auch wenn es danach aussieht. Es sind nur zwei Trainer, die mit einem Pokémon jeweils kämpfen. Na verdammt, ich trage mein Hetze wieder falsch. Moment! So, jetzt. Gut, ich greife einfach mal mit Schlecker an. Natürlich könnte ich auch mit Hypnose angreifen, aber so viel Schaden wird uns dieses Leben nicht machen. Ha! Paralyse! Ja, jetzt können wir es sowieso nicht mehr anschläfern, weil es paralysiert ist. Oh nein, ich hasse Superschall! Nicht gut, nicht gut! Ich glaube, da wechsle ich jetzt besser als Sicherheitshalber. Und zwar zu Zubarts! Hallo Zubarts! Ja, Käfer-Pokémon sind auch gegen unser Zubart schwach, sogar vielfach schwach, weil Zubart der Gift und Flug ist. Zubart hat leider keine Flugattacke, auch wenn der Step drauf wäre, aber das ist gar kein großes Problem. Zubart entwickelt sich ihn und sie ist in sechs Level zu Golbat. Und später vielleicht sogar zu X-Bart in drei Level, wenn wir Glück haben. Ach, Weberak! Na gut, da nehme ich jetzt wieder. Nein, nicht! Zubart Nebulak! Hatte ich früher im Team, das ist ein richtig gutes Pokémon. Aber ich frage mich, was die Leute gegen Weberak haben. Weil, Weberak wird nicht so oft ins Team genommen. Aus dem Grund, weil die Leute denken, es sei schwach, aber es ist gar nicht so schwach. Gar nicht mal so schwach. Das ist ja schon mal ein super Argument. Okay, er pennt. Mittagsschläfchen. Na, Nachmittagsschläfchen. Wenn man so will. Momentan ist Nachmittag. Na gut, wie soll ich das jetzt kommentieren? Also, wir warten jetzt weiterhin mit Schlecker, bis dieses Weberak down ist. Du Schnappnase. Na los, Schlecker! Und noch einen Angriff, dann ist dieses Weberak down. Gut, ich glaube, es müsste viele Erfahrungspunkte geben. Ja, das geht. Für uns 12er Nebulak geht es eigentlich. Um Himmels Willen! Gold erhält 200 und schickt einen Teil nach Hose. Achja, wir haben den Typen ja noch gar nicht angesprochen. Sowas aber auch. Jo, Herausforderer! Kai ist zwar jung, aber sein Wissen über Käfer-Pokémon ist unübertrefflich. Ohne meine Tipps wird der Kampf für dich sehr hart. Mal sehen. Käfer-Pokémon mögen kein Feuer. Auch Flugattacken sind sehr effektiv. Ja, Flug-Pokémon haben wir einen Zubat, aber Zubat kann keine Flugattacke, wie gesagt. Aber wir haben ein Feuer-Pokémon, das Glut kann. Nämlich unsere Igleber. Käfer-Pokémon sind cool und traubt. Ich beweise es dir. Ne, sind sie nicht. Außer Ariados. Und andere Viecher. Also das, was der Typ dann fangen will, das sieht überhaupt nicht aus wie ein Käfer. Was soll das sein? Sieht eher aus wie so ein UFO. Oder was meint ihr? Naja, egal. Soll es mit sein, das hätte ich schon längst ein Medbow sein können. Aber mei... Ach, dieses Raub, wir können uns ja nicht einmal angreifen, weil wir ja ein Geist-Typ sind. Okay, dann genießen wir jetzt unseren Elementvorteil. Warum setze ich Hypnose ein? Verdammt, jetzt habe ich AP verschwendet. Naja, egal. Dieses putzige Raub, das würde uns keinen Schaden zufügen können. Weil sein Tackle, mit der Raubi angreift, eine Normal-Attacke ist und wir ein Geist-Typ sind. Und Normal-Attacken nicht wirken bei Geister-Pokémon wie unser Nebulag 1 ist. Die Musik von Dja Gage Diese Musik, diese Musik, diese Musik, diese Musik, geht mir sowas von auf dem Sarg? Nein, das tut sie überhaupt nicht. Was labr ich hier für ne Scheiße? Gleich ist dieses Raubi down. Gleich ist dieses Raubi endlich down. Ich würde auch noch Fahdenschuss einsetzen, wenn ich nicht angreifen könnte. Aber ich glaube, Initiative ist bei Nibulak nicht mehr so wichtig Und Level 13 Ich glaube, bald lernst du Horrorblick Ach, du lernst jetzt Horrorblick? Na gut, soll man euch zahlen Ein Hornyu Ja, Hornyu kann uns angreifen, weil es eine Giftattacke drauf hat Nämlich den Giftstachel Aber selbst die Attacke ist nur 4 Ist sehr schwach gegen unser Gift-Geist-Pokémon Zieht wahrscheinlich nur 1 KP ab Jawohl Ist vielfach schwach Unser Nebula kann sich jetzt mit seinem Schlecker austoben Nochmal Schlecker Ja, sorry, ich kann leider nicht speeden Ansonsten würde ich hier jetzt diesen Kampf speeden ein bisschen Weil das mit dem Schlecker ein bisschen lange dauert Aber wir haben ja Zeit, ne? Wir haben ja Man nennt sich Parts Zeit Und das läuft ungefähr so lange wie Minecraft das Let's Play Also Minecraft soll ja 50 Parts lang werden Danach, ähm, werde ich's, äh, pausieren Nämlich Team, dann geht Team Parts 2 weiter Und Crystal kann währenddessen auch so lange dauern wie Minecraft Wenn's mir recht ist Du hast bewiesen, wie tough du bist Wie tough Er tritt bei tough auf Oh Gott, tough ist so ne scheiß Sendung Ich schau ab und zu mal vorbei Aber nur weil ich, äh, Simpsons sehen will Du hast die Fleckmann gerettet Oh Mann, du bist stark Aber meine ausgewachsenen Pokémon sind auch sehr stark Okay, jetzt hast du wahrscheinlich wieder ein paar Raupis oder sowas Die unser, ähm, Nebula gleich kaputt machen kann Ach, der hat nur eins Und was hast du? Ach du Parasit Der hat schickt einen Paras in den Kampf Ja gut, Paras kann nur mit seinem... Ich glaub, Paras kann uns auch nicht angreifen Paras greift mit Level 13, glaub ich, mit einem Kratzer an Ein Kratzer ist eine normale Attacke Aber er kann uns immer noch Statuswändungen, ähm, geben Mit seinem Stachelspor zum Beispiel Ja, genau das hab ich gemeint Aber es ist nicht so helftsicht Wir gehen danach einfach mal wieder zurück ins Pokémon Center Er kann uns ja eh nicht angreifen, also Gibt mich das wenig Also irgendwie hab ich das Gefühl, es gibt viel zu wenig Käferattacken Oder was meint ihr? Meine Käfer-Pokémon greift mir hier in dieser Generation Nur mit, äh, normalen Attacke an Wie Kratzer, Heckel Da fehlt es doch noch ein bisschen an Käferattacken Hier in dieser Generation Zum Glück kamen die auch hinzu in der vierten Generation Käferbiss zum Beispiel Kann sogar Raupe mit Level 5 sein, der an Käferbiss Ja Silberhauch kam, glaub ich, in der dritten hinzu Also ich glaube, das ist jetzt da auf dem guten Stand Das ist mit dem Käferattacken Das ist jetzt da in der fünften Generation Oder bald in der sechsten Generation Ähm, ja, es ist eine gute Auswahl an Käferattacken Gibt's Oh, ich freu mich schon auf Pokémon X und Y Ich werde mir Pokémon X holen Äh, Quatsch Pokémon Y Weil mein Kanal Yanka LP heißt Wegen dem Y einfach mal so Ich werde es auch let's playen Aber erst nach dem Schwarz 2 Let's Play Und das müssen wir noch machen Aber vor dem Schwarz 2 Let's Play Möchte ich noch Pokémon Pearl, glaub ich, machen Und ja Damit wir ungefähr jede Generation durch haben Ja, bis dann Bis NATO, äh Jede Generation durch Außer die zweite und die vierte Und halt die fünfte, die schwarze bis jetzt Die sechste gibt's momentan noch nicht Also wir haben gerade den 23.03. Falls es inzwischen schon, äh, Oktober ist 2013 oder danach Dann, äh Ja, dann, äh Habt ihr es wahrscheinlich ganz gut mit eurem Pokémon X Y Falls ihr das, ähm Let's Play in Im Oktober seht Zufälligerweise, mal schauen Oh man, dieses Hornio, das ist so Dieses Hornio ist so langweilig Es kann uns nicht viel Schaden zufügen Weil Nebulak ein Gift Geister-Pokémon ist Ein Kp, seht euch das an Mein Gott Diese Arena zeigt, wie schwach Käfer-Pokémon sind Besser auf das letzte von Kai Aber das ist ja Das ist eine Ausnahme Das letzte von Kai Das letzte Pokémon von Kai ist echt eine Ausnahme In Sachen Käfer-Pokémon Aber sonst sind Käfer-Pokémon allgemein In der zweiten Generation sehr schwach Ich fü- ich, äh Ja, ich wäre der Meinung, hätte man sogar als erste Arena einbauen können Es hätte sich da mehr rentiert Aber die Unnötigste ist die Geister-Arena Ich meine, es gibt nur drei Geister-Pokémon Insgesamt in der zweiten Generation Und diese Nebulak, Alpollo und Gengar Mehr Geister-Pokémon gibt's nicht Daher verstehe ich nicht, warum es hier eine Arena geben sollte Ach ja, Traumfugil ist auch noch eins Genau Hätte man noch einen Traumfugil reinbringen können Naja Egal Dann müsst ihr Game-Freak fragen, warum die sowas gemacht haben Mit dieser Geister-Arena Ohne Traumfugil ist nur mit Nebulak, Alpollo und Gengar Ja, und dieses Kokona ist paralysiert Aber es juckt uns gerade wenig Es greift eh nur mit Hertner an Was heißt, sie angreifen Es schützt sich nur mit Hertner Das würde ich sagen Och Mensch Jetzt aber Tschüss Kokona Gott Wenn jetzt Safkorn kommt, raste ich aus Oh, Bivor Endlich mal ein gescheiter Gegner Na gut, Bivor ist auch eine Ausnahme Aber es kann uns auch nicht angreifen Oder? Duonadel, glaube ich Ne, Duonadel ist eine normale Attacke Ah, Fugilenschlag Ja genau, Fugilenschlag war es genau Duonadel lernst, glaube ich, erst in Level 16 Keine Ahnung Ich hatte noch nie einen Bivor im Team Aber ich kenne ungefähr die Attacken, die es lernt Oh Mensch Das kann auch so lange dauern Ich will jetzt die Speed-Taste einsetzen Warum geht die nicht? Die Speed-Taste Diese Speed-Taste geht nicht mehr Aber es ist ja gar nicht mal so schlimm Denn Ich will dieses letzte Jahr nicht speeden Sondern ich will es genießen Das ist meine Blablabla 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 Bivor ist jetzt paralysiert Und will weiter Abgeschlägt von Nebulark Nebulark Gleicher Nebulark Level 15 Wahrheit lernt es nach Nebel Aber ich weiß nicht in welchem Level Angriffen mit der Schleckerattacke Und Bivor ist down Down Und Level 15 für Nebulark Sogar schon fast Level 15 Äh Level 16 Entwicklung allein ist nicht genug So das war der letzte Trainer Ab geht's Auf in den Kampf gegen Kai Ich bin Kai Ich verliere nie Wenn es um Käfer-Pokémon geht Meine Forschungen machen mich zu einer Autorität auf dem Gebiet Lass mich demonstrieren was ich gelernt habe Ach verdammt ich muss die Musik erinnern Hoffentlich denke ich dran Saftkorn Warum hat ein Arena-Leiter Saftkorn? Könnt ihr mir das erklären? Warum hat ein Arena-Leiter ein Saftkorn? Ich verstehe es nicht Erstmal ihn daran hindert Dass er seinen Saftkorn wechselt Weil seinen Saftkorn kann nicht angreifen Er kann sich nur verteidigen So und jetzt Keine Ahnung warum Groll Einfach mal so Ach Mensch er wird seine Verteidigung so lange erhöhen Bis ich keine Lust mehr habe Oder nicht mehr weiß wie ich dies jetzt mehr kommentieren soll Weil seine Verteidigung schon so hoch ist Dass mein Nibulag nur noch 6kp abziehen wird Jetzt bräuchte ich erst eine Speed-Taste Ich will eine Speed-Taste Moment Jetzt reicht mir Speed-Taste 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 Standard-Belegung 2 Geht immer noch nicht Verdammt Verdammt Jetzt habe ich das total umgestellt Wartet 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 Ähm Nein nicht das Blubblubblub Tastenbelegung Ach konfigurieren Das war ich wieder die 1 Was solls Ach egal komm Jetzt sind meine Letzte Fähigkeiten gefragt wie ich das jetzt machen will Lang das ist so langweilig Schlecker hat nur noch 9 AP Was soll ich da machen Aber verdammt ihr hört ne andere Musik das geht gar nicht Und nochmal mit Schlecker Hurra Ich bin so fröhlich Haben wir denn einen Äther? Moment Wir haben keinen Äther Na gut dann wechsle ich es gleich aus Und zwar nehme ich jetzt einfach mal Ähhhh Iglava Machen wirs kurz Fadenschuss Ja normalerweise können die Saftkorns von den Gegnern nicht aber er hat seinen Saftkorn aus einem Raub hier entwickelt Daher kann sie den Saftkorn ähm Fadenschuss Und auch Tackle Aber das war ja ein Kinderkram dieses Saftkorn Wow jetzt kommt eine Stufe höher Korkuna Auch dieses Korkuna ist kein Gegner für uns Es ist dasselbe Mist wie Saftkorn Es ist auf dass er mit Giftstahl statt Tackle angreift Und größerer Unterschied ist nicht vorhanden Selbst diese 200 Erfahrungspunkte sind es nicht wert gewesen Oh jetzt kommt die richtige Bedrohung Nämlich sein Sichlor Sichlor Oh Gott die Zornklinge Eine Attacke die immer mehr abzieht je öfter sie eingesetzt wird Ich hoffe nur Blut zieht sehr viel an Sichlor ab Sonst haben wir ein großes Problem hier nicht Achja Zornklinge ist übrigens eine Käferattacke Das heißt er ist auch Stepped drauf Also gar keine schlechte Kombi von Sichlor Jetzt kommt wahrscheinlich ein Trank Kein Trank Das ist unnötig jetzt aber Na gut dann holen wir uns einfach den Käferorden oder Insektenorden Je nachdem ich habe keine Ahnung wie der Orden heißt So das Sichlor ist down Oh gleich mit voller Absicht auf Level 18 Erstaunen erstaunlich du bist ein wahrer Pokémon Experte Meine Forschungen sind noch nicht abgeschlossen Okay du gewinnst Nimm diesen Orden Yay Und den Insektorden Jetzt können wir uns auf dem Weg nach Dukat Erziti machen Kennst du die Vorzüge des Insektordens? Durch ihn gehorchen die Pokémon bis zu Level 30 Deine Pokémon können Zerschneider nun außerhalb eines Kampfes anwenden Bitte nimm auch dies Das ist Zornkling was wir bekommen haben TM49 enthält Zornklinge Wird das Tee getroffen gewinnt die Attacke jede Runde an Stärke Je länger der Kampf dauert desto besser wird der Angriff Ist das nicht toll ich selbst habe diese Entdeckung gemacht Aha ok Aber der Nachteil in Zornklinge ist die ist nicht so besonders genau Also ist die Chance dass es immer stärker wird Nicht allzu hoch ich glaube die Trefferquote bei Zornklinge ist 95% So zahlen wir schon unsere Pokémon und dann mache ich den Part Dann machen wir uns im nächsten Part auf dem Weg nach Dukatia City Danke deine Pokémon sind wieder fit Kommen wir jetzt halt wieder vorbei Na gut dann endet ich jetzt den Part und dann geht es im nächsten Part weiter mit dem Weg nach Dukatia City Also bis dann tschau